Hallo, schön dich wiederzusehen. Ich habe dir eine Geschichte über Pia und Theo mitgebracht. Willst du sie mal hören? Pia nimmt den Gartenschlauch. Pia spritzt Theo nass. Theo nimmt einen Schwamm und macht ihn nass. Dann wirft Theo den Schwamm auf Pia. Dann nimmt Pia den Schwamm. Dann ist Pia nass. Und? Und wie findest du meine Geschichte? An der Geschichte müssen wir wohl noch etwas arbeiten. Ich habe heute eine Merkliste mitgebracht. Die hilft uns, einen Text zu überprüfen. Ich zeige sie dir mal. Auf der Liste stehen alle Fehler, die oft passieren können. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com